der ist doch hier irgendwo ja irgendwie schon ist der im haus der den weg gefunden ist der unterm haus herrwissen der da ist er ja hallo der zählte die baumschirme wo stöcke und behälter füllen der muss doch mal rasieren was denn das glaubst du findet hier raus ach der fängt hier schon ein stück stöcke ich schaue jetzt muss der macht wenn die ki von den gegnern heraus findet hier oder rein findet wie auch immer beides ach stimmt bei dem spawn die stöcke sie müssen ja gar nicht da liegen bei dem sind sie einfach da siehst du da ist halt nichts aber trotzdem soll man das spieße von draußen wieder helfen sie sind sie wieder weg ich habe doch welche gesammelt jetzt er hat das der muss aber noch eine menge lernen ich hatte mir sogar überlegt weil es ist jetzt total beschissen noch mal so eine reihe zu bauen weil wieder schmetterling da dass ich die nächste reihe einfach andersrum bau ich musste dazwischen stellen weiß ich kann ja die reise machen dass dann gehen die rüber stechen sich beide von beiden seiten das ist halt ultra anstrengend jetzt noch mal dahin ja okay kommt noch mal dahin zu gehen und von hier noch so eine reihe zu bauen auch allein wegen der mauer aber andersrum wird es gehen also wäre es einfacher dass ich hier so eine kann ja mal hinstellen schaut scheiße aber erst dann 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 schaffen dies hier du jetzt anspitzen dann schaffen sie dadurch und dann können sie nicht mehr zurück weil da stecken sich beidseitig weil das hat für mich auch einfacher passiert dazwischen zu platzieren dann stoppt mich mit der mauer wieder zu quälen hier so wer halt für mich von dem und der bauweise einfacher wie ich da sagen verstehen sie ob das jetzt was bringen weiß ich nicht aber die kommen halt hier rüber und geht dann zurück und stoßen sich von beiden seiten je nachdem weiß ich nicht nie falsch bei manchen muss ich doch gar nicht dazwischen machen ich müsste es gar nicht machen aber ich mache es trotzdem so würde ich ja jetzt die lücken füllen ich glaube der stapelt hier rein obwohl er gar nicht hier ist ich finde es so gut ich würde mich jetzt bestimmt paar mal verletzen aber es ist zumindest dicht der scheiß stein links da lol ich habe das an der einen reingesteckt als andere mich gehauen sterbe ich noch gleich hier ich muss ja nicht unabhängig platzieren von dem anderen ok ich hätte mal so gerne so viel alle weh dass ich einfach wenn ich mich einmal irgendwo verletze ich dann sofort einfach gegen essen kann ich habe es noch ich habe es noch ich habe es noch fische es laufen so viele fische rum ist muss doch jetzt schon eins sein auf jeden fall ist die fall sind beide fallen sind zu meinst du wieder auf toll okay der ist tot drin das ding okay krass hat geklappt wenn es funktioniert schon wie schon mal wie viele hier sind ich würde die ganze reihe hier mit 20 fallen hin machen und wenn ich essen will ich trotzdem frisch jagen boah imagine es geht ich bin wieder von meinen plänen abgekommen so eine scheiße aber ist cool das steine hier was mit der aber die müssen anscheinend echt so da rein laufen ist denn mal ohne hier dass das sowas auch passiert dann hängen die ja quasi fest dass es so geht geht nicht anders ist ja gut ist ja gut ist ja gut das wir hier selbst verstümmeln um das zu machen du musst mich echt verstümmeln um das zu machen ey ich sag's dir okay krass ich muss das ding glaube ich ganz weg tun da oder einmal zweimal dreimal einmal zweimal dreimal es geht dann doch hinschmeißen nicht und nicht dahin hauen nicht dahin hauen ok ich sag's dir also mein kopf so aussehen würde das so würde ich spielen so mit so einer schönen entspannten grafik so mit so einer schönen entspannten grafik nie gespielt das spiel sag ich dir nie gespielt das spiel sag ich dir aber hey wenn A kommen ist alles vorbei ich hoffe das wird echt geil ich setze zu viel drauf ne aber akidaki ich weiß nicht das game ist schon gut aber irgendwie das ist das zweite meiste sehnt das spiel auch für mich ist ja es ist schon gut ist ja auch gezockt jetzt schon lang ist schon ok schon fertig oder was mit den ganzen penis hier ok hier wieder rein ok ok ich kann sie echt dazwischen tun hier weil das ist genau platz für dazwischen so oh war mir klar hey warte ich muss das so rein stecken oh das bild ist ja hier noch also es ist bei jungfrau sagst du hier wo du erst mal stich das so wird klar wird klar ich kick das nicht hin da zu gut gemacht hier zu nah zusammen yes ok ich stecke mir ja ja ich habe schon gesehen ich habe schon gesehen alles klar ja 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 ich mach das jetzt wieder mal manuell ok ich will es ja dazwischen eigentlich haben aber es ist einfach zu verlockend ist es anzudocken mit dem anderen andocken immer mehr ist einfach so in der mitte bleiben dann geht das ok ja lösen die probleme alles ist es haben es wieder viel löst alle probleme geld wurde Trotzdem habe ich ja noch das Problem mit dem Rechner, wo ich es jetzt hier spielen kann. Ich habe eine Aigraka bekommen, die ich nicht nutzen kann. Das ist immer noch die alte, die 2070 jetzt hier. Sehr gut, beherrsch dich. Oh, hab ich das da reinbekommen? So, das war's. Halbzeit. Ist der Marvel eigentlich unterwegs? Macht der? Der tut die Sachen aber wieder ablegen. Voll geil, die Stecke sind halt da. Die Stecke sind da, da kann man das nicht sagen. Das wird, das wird schmerzhaft. Ja, ich weiß, Alter. Und jetzt? Jawohl. Und das wird auch schmerzhaft. Ne, doch nicht. Aber ich bin gleich tot, wenn ich hier aufpasse. Muss kurz warten, oder? Steck ich mich jetzt hier, oder nicht? Ja. Und dann hört es die Heilung auf, gell? Fuck, man. Muss warten. Und ich kann in der Zeit schon mal die anderen anspitzen, alle. Das wird doch auch schmerzhaft, glaube ich, oder? Wenn ich die andere akte nehme, die große, muss ich da nicht so nadern? Doch, oder? Eieiei. Ich hoffe, dass meine Intervention irgendwie an sich unterrundbar ist. Ich denke schon. Zumindest der. Oh, Hetze piepst. Alles gut, alles gut. Also, wenn sie jetzt über die Mitte durchgehen, müssten sie eigentlich nicht mehr rauskommen. Oh, oh. Ah, ne, die Falle hat zugeschnappt. Dong, hat's gemacht. Das wird angegriffen jetzt. Noch hier nachts. Falle hat zugeschnappt. Das ist schön. Das funktioniert. Ja, okay. Das geht trotzdem bis jetzt glückssache. Weil, dass es so geklappt hat. Na gut, na gut. Dann tun wir den Penis morgen da erfüllen. Ich glaube, dass wir den Eingang füllen hier nachts. Jetzt. Ich glaube, ich tue unter das Haus auch 50 fallen einfach. So. Jetzt ist der schon wieder durch. Da gibt's kein Fläschchen hier, weil sie schnell nachtanken. Das ist ganz gut. Tue sind wir mal. Wir haben noch nicht. Das ist vielleicht. Dann ist es noch nicht mehr. Das ist ein Wunderschön. Dann kommt das nicht wirklich ab! ich lasse es schon wieder wurde stimmt stimmt bestimmt ist noch arbeit hier so schauen wir kurz die dinge was ist es klappt klappt echt jetzt tun wir erstmal die ganzen stäbe für das wir nutzen also die stöcke haben wir brauchen das ja jetzt wegen fallen hier dann was dann bleibt können auch ein paar fallen bauen also keine falle falle habt ihr gehört zugegangen zugeschnappt krass zugeschnappt wo sagt wo sagt man das also komisches fern sich zugeschnappt zugeschlagen hot button wie ist das zugeschlagen krass da muss ich jetzt manuell hinstellen das ist ein bisschen krass ok lass mal so da ist eh sehr eng ich muss mal aufpassen ich will es manuell machen nicht mit dem ding hallo dann kann ich jetzt outdocken ich bin wieder zugegangen hey das ist ja schon wieder das ist ja praktisch kann das der marvin nicht machen dass er das dann reinträgt ich könnte ja auch wenn ich nicht ganz blöd wäre einfach von der seite das machen mit ihm gibt es ja auch schneller hier so da wo platz ist rein darauf komme ich jetzt erst am schluss weiß ja jetzt ist ja gut easy hätte ich ja gleich machen können wenn ich gar nicht so verletzen müssen die ganze zeit oder doch schauen wir mal nochmal raus hier oder was ich bin wieder zugegangen beide ey ich glaube ich muss doch ein dach machen dass ich nur so eine so eine station hintun aufs dach die ganze zeit so eine so eine dry station trockenhydrat sinkt ihr wisst schon das geht nicht das geht nicht aber ich muss die von der seite ich muss die von der seite das machen das ist eh zu sehr sehr nah und das ist eh perfekt man sollte nicht mal rauskommen ist das ist in der sache deswegen habe ich es hingebaut scheiße das andere also was das ist was Du bist doch heilen. Und du ziehst keinen Kampf durch und ärgerst die Leute. Alter, ich stehe ja im Suppentop und warte, dass ich Hunger kriege. Hat man nichts zuerst tun und macht sich dann was? Ach so, Suppen, auch im Spiel, ist das scheiße da oder was? War ja Wochen-Quest von vorige Woche. Ja, ich habe die auch nicht gemacht. Ja, ich habe keine Lust mehr. Das ist mir schon zu viel, weil ich überlegen geworden bin. Schau mal, da ist einer drin, oder? Ach, das ist der Marvin. Ich kann dich aber nicht mehr rauslassen Marvin, ne? Das ist vorbei. Entweder findest du den Weg regulär oder ist es vorbei, das daneben. Ich sag's dir. Das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Ganz einfach. Okay, dann wären wir durch. Ich muss halt nur anspitzen und die Steine hinhauen. Anspitzen und die Steine hinhauen. Dann haben wir's hier. Ist noch ein bisschen was, aber dann geht das. Dann haben wir doppelte Verteidigung hier. Und mit den Wänden, ja. Wenn die halt einmal angreifen, ist er drückt, dann sind die wieder kaputt. Aber ich hoffe, die kommen dann nicht durch hier. Aber heute haben wir echt viel Action gehabt. Hier viel Abwechslung. Basisbau, mehrere Höhlen. Also eigentlich alle Höhlen ich gefunden habe. Was? War echt, war echt Abwechslung hier. Heute. Au, 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 au. Was? Ich weiß nicht, ob das hier gut ist. Das eine hier. Ich weiß ja nicht. Wenn man gerade reinläuft, geht's. Ja man, Headset Pieps. Ich muss hier kurz anstecken. Scheiß. Ja, hast dir einen timer gestellt, ne? Ja, was? Du hast ja noch einen timer gestellt. Oh, du hast das tiepst noch selbst, Leute. Ich weiß nicht, es ist falsch, die kamen nicht. Ich weiß nicht, das ist falsch. Ich weiß nicht, es ist falsch, das ist gut wie auf der hinten. Ich bewege mal das, kam vielleicht wie sie aus. wo ich habe ich habe es ausgemacht ist vielleicht leise gemacht einstecken auszusehen so alexa temperatur im augenblick liegt die temperatur bei 0 grad celsius heute wird eine höchsttemperatur von 9 grad erwartet wieso ist alles so leise über das herz gerade ich habe es echt komisch aber nur ich höre so dass wir alles in ordnung das ist strange ich meine es passt jetzt aber das hat auch für mich hat alles sehr sehr leise so da muss ich mal gucken was es heute heute jetzt ja heute den ganzen tag ja ich habe gar nicht mit jenny bei aber dem sein echte macht so wie meiner gestern und hat um 8 geschickt mehr aus problem muss irgendwas umbauen hat sich seitdem nicht mehr gemeldet vielleicht geht es nicht oder hat keinen bock mehr gehabt oder so da gibt er wieder nur scheiß möhren cremes die letzten jahr heute die zehn stunden ich jetzt gespielt habe ich allein gespielt ja ich habe heute viel entdeckt und dieses haus hier nicht hier spielst du das ganze haus hier fertig gemacht ich würde das spiel ja auch aber ich schaffe ja meinen rechnern klar ich habe auch 2070 hier was hast du für den prozessor nochmal amd fx nee so ein hast du nicht hör auf man das ist zu alt so ne scheiße ach war es doch der amd atlan ja der hat mich auch gehabt hier warum ist das alles so leise ich weiß es okay moment alexa temperatur im augenblick liegt die temperatur bei 0 grad celsius heute wird eine höchste temperatur von 9 grad erwartet was ich habe während ich es angesteckt habe ich in allen reglern gedreht lautstrecke regler eher dann habe ich noch den regler welcher kanal laut und leiser sein soll sprache oder das andere sound naja wenn dir die kette server kommt wo du dann kannst du mitmachen dann bist du ein da mache ich ja den server eh kannst du kannst auch bei ikodos mitmachen verschiedene server schon muss nur noch starten ich habe server ich habe test gemacht ein zwei stunden rum gelaufen getestet ist noch beta aber funktioniert schon ist halt wie weilheim so von dem ganzen bauen er gibt verschiedene t-stufen extrem viel bauen ja die sicht ja was weiß ich so viele das ist das ist schon alleine 50 prozent kaufe ich es oder kaufe ich es nicht kaufst du es oder kaufst du es nicht 6 prozesse sind noch nicht belehrt worden nö die anderen sind nur noch teuer den neuen jetzt sag mal was du hast ich habe vergessen was du was hast du da hast 2007 unterwegs ach so 278 letztes mal gefragt ach so jahle das ist ein netter alter ach gern denn zwei 10 1 10 1 glaube ich ich glaube 2 war das ich glaube das ist doch 1 sogar ok wenn du aber das nicht gleich raus was die fall ist es nicht mehr drin ok dann hast du Zeit zweite generation ryzen hier steht voxel prozessor da 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 84 rr 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 die die. rr 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 rr. rr 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 Proto rr 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 köp established die müssen ord für dieses spiel frei schreiben die b Pat. das geräusche und h backgrounds aber es ist ja gut die 1 1 7 0 klar aber ist es ist das nicht einfach nur eine aufbereitung von der generation ich habe gleich gefangen geworden das klappte hier das ist du zuvor zu stark ich habe nur zwei nicht kommt da nicht hinterher was ist denn mit den neuen produzieren sind auch noch 10 5 8 9 10 10 hoch 3 glaube ich sind die extra noch jetzigen es klappt ja ist ganz wild jeder ich habe einfach mal zwei zum test hingetan und kaum tue ich die hochzahlen wieder und ich habe schon eine idee ich sehe schon den ganzen berg voller fallen aber ich brauche erstmal die stöcke noch für das hier ich habe den anderen schon sammeln geschickt zentralen zentralen ok ich habe schon den freien sammeln geschickt sagt er macht die ganze zeit weil das ist das wichtigste hier die stöcke es gibt sehr viel über stöcke mal schauen wann der kommt ob der nicht in irgendwelche ungünstigen zeiten fällt wie keine ahnung wenn vielleicht ein aschen art 2 kommt oder irgendwie sie sind von ww oder keine ahnung es ist halt jetzt die zeit ist dafür ich habe bei forest 1 auch da nicht mehr gezogen habe es zweimal probiert ja einfach fand ich nett fand ich toll war fan und das war's dann nie durchgezogen weil dann weil dann andere sachen er kam aber ja ich starte am dedikate server lassen laufen fertig dann passt das hier genau das ist immer wieder mal zocken genau nur es hat die sache hast du gehört fertig ja zufällig ja ich bin am verdorschen trinkt doch bei arg wenn es gelegentlich hat hast du hast du automatisch warst du nicht mehr durch aber ich würde jetzt gar nicht mehr gerätet ich habe schon mal gesagt dass es einen 3d druck ergeben wird will auch haben wir eine wasserflasche basteln ist wie ein ultra ist das echtes rollen war ich doch schon ich war in jeder aber ich kam nicht durch weil ich die rüsten orte noch eine habe ich nicht da beim berg war ich nicht mehr nicht hinkam ich bin da gestorben runter springen der ist in einer kleinen höhle das war so grün blingend auf dem app da ich war nicht bei jedem grün blingend punkt braucht man eine schaufel was gehört ich wieder zugeschlagen hot button ach keiner nicht kleiner ja sorry ich war bei allen grünen punkten wobei den jetzigen punkten die noch übrig sind brauche ich schaufeln ich schaue der ist drin aber ich kann nichts machen mit dem grad zugeschlagen scheinbar nicht okay die tauchen ja auch immer wieder auf also ich hatte alle ich hatte alle abgearbeitet bei einem habe ich eine schaufel gebraucht und dann als ich in der hülle war tauchte andere auf einmal ich habe wieder neue gps koordinaten bekommen vielleicht deswegen bei den neuen bilder nicht gewesen bei diesem grünen punkt habe ich meistens immer nur wenn man nur ding gesehen kettys also ich habe auch sicher von golfplatz gefunden mit grünen mit allem total wild sagt wieder zu und da sind noch mal diese kleinen viecher gewesen von anfang an da ja gibt es mir alles sehr gut ist sehr gut glaube ich dass du hast bestimmt entdeckt ich bin auch von anfang an da gewesen der noch steine spawnen aber irgendwie direkt zum glück hat man da nie probleme so wie mit den schnecken hier bitte greif jetzt nicht an ich bin gleich fertig oder ich bin fertig sogar der seite zumindest heute habe ich es mit den dingen so viel gebaute keinem spiel wie hier aus der art aber ich kann irgendwie nicht schützen ist hier das ding ist da wirst du habe das alte ok funktioniert nicht immer anscheinend die ersten paar mal hat es geklappt so machen wir hier mal so von der seite weiter alles fertig 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 so 2 3 so Der kommt einfach nicht mehr raus, wenn du das warst. Aber irgendwie werden die trotzdem voller hier, die Dinger. Schau mal an, wie krass. Die Dinger werden voller, aber er kommt dann nie wieder raus. Er tut es trotzdem da rein. Das Ding war leer. Also er ist halt quasi in Sicherheit, könnte man sagen. Nur ich nicht. Ich baue jetzt noch so ein Ding da hin. So, wenn man den Befehl noch hat. Kann ich von hier nehmen, um die fertig zu bauen. Ah, scheiße. Das ist immer gleich runterfliegen müssen. Doof. Egal, der macht das schon der andere. Okay. Also der Marvin spielt nur noch das KI mit, quasi. Macht das, was man ihm sagt, aber er geht nicht mehr aus dem Haus. Das ist jetzt schon wieder. Ich glaube, ich darf nicht, darf ich nicht im Ränderbereich sein, weil das irgendwie... geht nicht mehr jetzt. Das ist noch offen. Okay. Hä? Hä? Hast du gesehen? Die haben getrollt. Die sind nur noch nicht vorbeigelaufen. Die lernen dazu. Im Gegensatz zum Marvin lernen dazu. Sie sehen dir voll getrollt, gell? Krass, ey. Krass, ey. Hä? Danke, scheiße. Ich gucke noch nachher. Okay. Hä? Schon wieder? Der, 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 der war das. Guck mal. Wie, jetzt verarscht, nehme ich jetzt echt? Das ging doch die ganze Zeit. Krass. Warte, wenn ich da 100 fallen im Bauch, der Lenz da gefällt, der Lenz da rein. Aber eigentlich macht das Jagen Spaß. Was war das jetzt? Hä? Gute Nacht, Timi. Schlaf schön. Angenehmes Träumchen. Hä? Die, die gehen echt daneben und verarschen mich. Lol. Das ist echt so. Ich muss mal an. Da, der ist da, der ist da oben. Der ist hier. Egal. Ist fertig, machen habe ich den Scheiß auch geschafft. Scheiß, immer müde. Bitte jetzt kein Angriff. Nachdem ich das jetzt fertig gemacht habe, speichern. Das war es nicht so nett. Letztes. Ich glaube, ich habe alle. Ich glaube, ich habe alle. Das kann nicht sein. Doch, ist drin. Krass. Okay. Hä? Das ahnt der auch, oder was? Was denn jetzt? Der Stein da weg. Ist alles auch... Ne, ist auch drin. Ist auch drin. Das verstellt sich denn so an. Oh. Ein Mann. Okay. Hat geklappt. Wow. Ach so. Vogelneste wollte ich noch bauen. Aber eigentlich... Wie geil. Der läuft hier rum. Kommt wieder raus. Tut einfach alles machen. Aber eigentlich... Pfeil und Bogen... Weiß nicht. Nutzt... Nutzt... Nutzt du hier doch gar Pfeil und Bogen nie, oder? Ich hätte gerne... Ich hätte gerne Skatana, ey. Das wäre halt ultra. Ich habe es am Anfang ein bisschen probiert, aber irgendwie habe ich nicht so mitgerissen. Crossbow sagt er so. Das ist so einem Jugendlichen leichts im Klasse, okay. Nett. Ja. Oh, habe ich schon. Wie schön das jetzt ausschaut. Es regnet auf mein, äh, Pankett. Main. Es gibt auch noch einen Compound-Bow. Au. Au. Ich habe hier immer... Ich habe hier immer Bogen, Crossbow gegeben in Ark. Am besten hätte ich nur noch immer die Waffen benutzt. Nie was anderes. Aber es gab ja dann später andere Waffen. Das ist ja auch Shotguns nutzen für die Boss und so. Schaut schick aus. Genau. Weißt du, weil ich weiß, dass es Shotgun gibt? Ja. Erstmal Shotgun Shells. Das ist ja klar. Also, Shotgun. Gut, ich habe so einen scheiß Aufsatz hier. Shot... Flinten... Aufsatz. Also, wer hat es doch, wenn es nicht gäbe. Aber das würde mich jetzt nicht überraschen. Ja. Ultra-Action heute, Humops. Ah, da sind die Babys. Vier Stunden Basisbau am Anfang. Dann, äh, vier... Ja, so drei, vier Stunden... Höhle... Höhlenforschung. Richtig Action der Höhle. Mit Granaten. Mit Molotow. Mit allem Möglichen. Voll die... Voll den Dungeon rein. Und da... Alle Möglichen. Und jetzt wieder so ein bisschen bauen. Ganz viele Höhlen weiter. Ganz wild. Hammer. Aber jetzt bin ich eigentlich dort, würde ich mal sagen. Jetzt bin ich eigentlich dort. Jens, komm nicht mehr. Jens, komm nicht mehr. Leider. Jo. 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 gut dann gehe ich schlafen hier also in dem spiel zumindest und ich speichern wir speichern jetzt mal ja die kinder ein wenig ist es egal ja du mobs ist es total kritisch du baust was die machen verboten baust was machen wo ich habe diese mauer diese bauer die ich hier habe habe ich sage mal habe ich zehn mal nachgebaut und da wenn sie was kaputt machen kannst du nicht mehr flicken weil das nicht mehr einrastet hier ist halt so komisch ich habe es alles aneinander gereizt so 1 zu 1 dann kommen die reisten immer auf den kann es nicht mehr flicken also ist das mit mit dach schwierig auch schon fast egal erst mal es passt so aus wir brauchen eine zweite etage naja ich kann ja später warum bringt übrigens wenn die kommen zu fünf oder sechs und dann das alles angreifen und kaputt machen dann greifen die an machen machen viel kaputt dann repariere ich eine halbe stunde dann greifen die wieder an jetzt habe ich mal so eine zeit einigermaßen gefunden wo es eigentlich okay ist gerade wo ich jetzt geschafft habe zu bauen und sie es nicht kaputt gemacht haben aber ich habe noch mehr gebaut ich habe doppelte später da vorne hin gebaut aber wenn so wenn solche typen schau da die babys greifen schalt an so an die scheiß babys hätte ich auch in den höhlen ich habe gemacht dass sie sich auf welche seite kommen stecken sie sich tausend baby schicken jetzt hier das ist ja noch okay aber die nerven oder weiß ich nicht mit so vielen kommen das ist ja schon wieder auch noch eines babys runter gemacht oder was also schon wieder sehr viel gemacht heute okay dann passt der angriff haben wir überlebt hier das sind verschiedene sind verschiedene keine ahnung schon die gleichen aber so zehn typen vielleicht gibt es einen gegner mit doppelkopf vorne mit angenäht an den füßen wo sich da so komisch wie eine schlange bewegen mit mit goldener maske kopfschutz dann mit so haut an dem kopf an der kopf an dem kopf als helm dann mit keule mit ganz viel verschiedenen gibt es schon eine menge wahrscheinlich aus wie so reißverschluss die spucken dann so gibt schon viele ich glaube über zehn gegner tüten das ist schon sehr gut schlafen wir noch da muss noch ein bisschen wasser also die 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 meisten gegner haben heute alle gesehen und sogar so ein ganz fett dann noch so eine höhle der zum durchgang so so eine art gehun oder sowas gab es auch ganz verrückt so ein kleiner gehun den habe ich da mit einer granate gesprengt waren überall gedärme ja ich tue sie ja verteidigen klar ich tue sie verteidigen so 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 ich bin dann auch mal hier raus Ich mach nur noch mal Sachen und dann Guck mal, ich werde heute Abend zum Raid wieder da 1930 ist Raid, mal schauen, wenn ich da bin Ich schätze mal, kurz oder knapp oder je nachdem, wie ich fertig werde heute Dann, äh, schönen entspannten Donnerstag wünsche ich Ihnen Wo du Mann Dir auch Dankeschön, bis später Tschöö So, Shad, ihr habt's gehört Wir haben jetzt 10 Stunden und 7 Minuten Forest Action gehabt, leider hat GenC sein PC gesponnen, er hatte mir geschrieben, mein Rechner läuft leider nicht fuck mich voll ab, ich muss nochmal umbauen und BIOS updaten, es war um 19.52 Ähm Ich weiß mal, er war sehr abgefuckt, also er hat da keinen Bock mehr hat oder so, oder er hat sich hingekriegt, ich hoffe er es hinbekommen und alles funktioniert und läuft eben rund Drücken wir den Daumen, dass es das nächste Mal wieder dabei ist Vielleicht heute nach dem Raid, ich weiß nicht wann und wie er Zeit hat Äh, ja 19.30 Raid, ich bin dann spätestens online Und dann gucken wir halt, was wir machen 10 Stunden Forest Solo Action haben wir gehabt Ich fand's am Anfang ein bisschen, äh, weird Aber hat sonst schon gepasst Hat sonst schon gepasst Gut Machen wir ein bisschen früher Schluss, gestern haben wir bis um 10 Uhr gemacht, glaube ich Aber passt Also noch, ich wünsche euch allen, auch allen einen entspannten äh, Donnerstag, wir sehen uns heute Abend Danke wirst du schon, danke wirst du dabei sein Und, ja Aber alles gesagt Servus Wird euch Und, äh, macht's gut Gags für jetzt, bis später, over and out Servus Und natürlich Haben wir auch heute In Gedanken Nur gekämpft Forest 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 Forest